Sag mal, geht's doch, du Spacken, oder was? Wickel dich auf den nächsten Baum, da kratze ich dich an ab, du Arsch! Unser unkonventionelles Ermittler-Duo hat einen neuen Einsatz. Viele Leute arbeiten hier. 63. Verzeihung, 62. Nora Tschirner, Christian Ulmen. Bisschen ernst jetzt. Und der ganz normale Wahnsinn von Weimar. Irgendwie auch nicht ihr Tag heute, ne? Der Ehre Ivan. Der Tatort. Neuer in 1 Festival.